Feind hier schicken daun Willst du den Hof sichern? Mit Abspringer Baruch ist Gegner Zaun geht nicht an die Hände los Ah, Dark Knight, Dark Knight Direkt Bravo, Direkt Bravo Ah, retzten auch Heli hat Mobility Kein Spawn Schinken, nix da vorne Was ist denn das denn Scheiß? Was für ein Team Der Ballert, Junge Heli disabled Hatte ich auch schon Zwei Mann gerätzt Die reparieren den Heli Ich hab ihn Wir haben wieder noch Mehrere Gegner im Innenhof Leute Da will einer Schaff machen Da will einer Schaff machen Wir können nicht alle am Anfang umrennen Wir brauchen WT Leute Haben Chef Ups Not Not Okay Okay Ucaf, Ucaf, die ist gehen drauf Ich bin Chef Nicht mehr Kampfdrohne von Doomlord hat mich Die sind noch aufm Dach drauf Ja Die sind noch aufm Dach drauf Ja Ich glaube, die haben auch Energie Mindestens zwei Ja Natürlich Komm, 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 komm Alter, der hat das Team tot Umdrehen, Durchgang Leute, die M-Komm Die M-Komm Nicht der E-K-Radio Wir sollen jeden schweben, oder was? Es ist zu spät, es ist zu spät Komm mal die Leranz Ah, nee Klar, du bist das Letzte Echt Oh, fuck Okay, die haben dauerhaft keine Heli mehr Immerhin Erstes, was das Tor hielt Also mein Squad braucht, äh Keine Anti-Air-Kram mehr mitnehmen, ne? Ne Nein Pack mal dann Auch, es ging den Amtrak vielleicht noch ein Ja Haben wir ein MAV? Blablablablablablablablablablablabla Essen Will noch jemand bei mir rein? Dann können wir den in den Rücken schießen Ach, wo sind wir denn hier? Ja Ich bin hier Wir sind Wir sind Wir müssen zu den Zielen Nicht im Tempel rumcampen Schnell, jammer Ich hab' ihn Ich hab' ihn Okay hinter uns Nein, Meise, nicht von dir! Ist tot. War ein paar Sekunden zu spät. Amtrak kommt. Ah, ich hab noch die Anti-Amming in der Schweiz. Scheiße. Oh, das steht doch im Kassistema. Die Leute raus, die Leute raus. Oh Gott, das ist ja... die Menschen. Ja. Kommt Verstärkung von dir. Kommt wer auf dem Kapitel. Ja. 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 Oh, sorry. Oh. Macht nichts. Sollte ihr sich, wo ich die Befehle hingesetzt hab? Ja. Weg, da Tino. Ja, da ist jemand vom Kisant. Sorry. Okay, bei mir kommt einer, da wo ich lieg. Beißen wird hier. Bravo, ganz scharf. Ja. Hallo, du... Da laufst du, bravo, da laufst du, bravo. Ich kann nicht machen, ey. Ach. Ich spiel das nicht hier. Ja. Ab, 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 ab. Ich bin jetzt gekommen. Und sie ihn feiern. Bravo, bravo. Zwei. Drei. Okay. Ja. Aber Fanny gemessert. Ja, ich mach feiern. Ich muss morgen arbeiten. Ich weiß, wie er spork ist. Ja, wir auch. Alles los. Die Blumen sind blau. Sorry. Okay, dann machen wir sie halt zu 10 weg. Was soll's? Okay, sieht nicht gut aus. Nö. Das ist auch weg. Oh Gott. Na, es ist schon wieder. Sorry. Die rücken stark auf unsere Spawn. Boah, das ist nicht gut. Boah, das ist nicht gut. Boah, das ist nicht wahr, ne? Boah, das ist nicht wahr, ne? Ich hab gerade Punkte bekommen dafür, die Funkstation zerstört hat. 400 Punkte. Ja, du bist ins andere Team gesincht. Oh, genau. Ne, ich bin verteidiger. Und dann stand, Funkstation zerstört, 400. Ne, okay, ist halt nicht schlecht. Ne, hab ich's einen mitgenommen. Ja. Machst du weiter die, 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 die MAV? Ne, spielst du mal lieber den ganzen MAV mit. Ja, komm mal, ganz, ganz, ich noch jeden brauchen wir B ja nicht, oder? Weil da gerade niemand ist. Na, niemand ist ja wohl, äh, nicht ganz richtig ausgedrückt, ne? Ah, doch, einer ist da. Okay, den hab ich nicht gesehen. Ja, ich geh auch noch hin. Ich? Ich fahre nur zur Front. Ja, man ja auch. Aber ich leg mich trotzdem zur Front, damit ich was machen kann, falls das kommt. Scheiß, wir haben uns den Weg. Ja, die laufen da unten bei der Brücke. Die laufen zu Bravo. Über die Brücke da. Geil, wie immer nur Waffen laufen. Echt? Hinter die Weite, da ist schon einer. Meiner, babe, wie ist oben? Der ist schon drin. Ja, im T-Haus. Hinter Bravo. Noch einer kommt von oben. Drei Mann kommt von vorne, einer ist hinter euch bei B. Hat sie den Weg hier hinter uns? Für ihr auch immer wieder hingekommen sind. M-Track kommt über die Brücke, kann die da hochjagen. Nee, ne? Rind down. Rind down. Pass auf. Ich warte auf dich. Komm, zwei, drei Mann. Vier Mann. Bei B rein. Fünf. Fünf. Sechs. Wo ist noch Ränder? Ja, gehen wir rein. Mit Fuß? Schwenk mal das Haus komplett weg vom B. M-Track down. Fünf. Eigene Nade. Vorsicht. Jetzt nicht A-Fa-Nachlässing. Noch zwei Mann hinterher. Nicht A-Fa-Nachlässing. Genau, ihr braucht nicht rüberkommen. Läuft ja hier gerade. Jetzt. Zu spät. Da ist zwar ein Jeep vor die Tür gefangen. Da ist nicht wieder reingekommen. Wahnsinn. Mann, ey, das sind so viele. Im Haus über A sind drei, vier, fünf. Wir kümmern uns um B. Ja. Haben wir schon von Anfang an gesagt. Ist nicht wahr, ne? Wir kommen über die Hauptstraße. Alle möglichen. Alle gestalten. Ah, nix über dir. Aber irgendwer hat mich gefunden. Da ist wer bei A. Da hat wer bei A erschossen. Gott. Ja. Wir können übrigens, wenn die Bravo-Leute sich aufteilen, dann haben wir zwei Squats volle. Ja. Oh. Oh, der ist ja auf dem Haus. Find Jeep ist geklärt. Find Jeep wurde geklärt. Das ist schon geil, ne? Boah. Keiner, ne? Meine UD-Bot haben sie weggemacht. Den hab ich vor die Bombe übergelegt. Ja. Das war unauffällig. Ja. Ah. Lass mich doch da weg. Da kommen noch 20 Leute. Rein, rein, rein. Nein, der hat mich noch. War fast weg. Shadow, geh mal ins Delta-Squad nach. Das bekommt ihr nicht hier, das Quad. Okay, jetzt. Ähm. Geh ich mal. Das reicht. Ey, das war doch scheiße, ey. Das war doch absolute Scheiße. Wieso seid ihr denn rüber nach B gekommen? Seid ihr denn rüber nach B gekommen? Das verstehe ich nicht. Frack geil. Frack geil. Frack geil. Nein. Das ist nicht unkordiert. Die Ansagen waren klar. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hat irgendwer Claymores bei? Wir werden rechts rum mit dem Quad fahren. Guckt auf die Map, die sind alle gespottet. Wenn Dark Squad macht B, bitte. Ja. Also, ich kann das nicht spoten. Ich spoten das fast bei Bravo. Ja. Ja. Ah, ich bin down. Natürlich geht die, das erste Mal die MBT Lord anheben. Flank hier. Flank hier. Ah, lecker. Ist bei B. Da ist die, ist ja verrückt, seid ihr. Da kommt unten welche in die Straße hoch. Mach B. Ich entschärfe. Ich entschärfe. Ich entschärfe B. Konzentriere mich auf die Feinde. Drei Mann auf Alpha. Vier. Das könnt ihr vergessen, da kommt der nicht mehr in. Fünf. Das ist das ganze Team. Eich. Einer hinter... Links über dir. Ah, fuck, fuck, fuck. Ah, du fährst voll an. Alle in Bravo. Amtrak kommt auf Bravo. Ja klar, bis zum Ende haben wir die. Ich muss hier in hier rein. Ich muss hier in hier rein. Bei uns ist niemand mehr bei Bravo. Willst du mit Zekir reinkommen? Hangen? Da kommt ihr nicht dran. Okay. Wir brauchen jetzt LPGs, aber viele. Einer nur ausgestiegen aus dem M-Track. Alkoholisch. Zwei. Zwei. Ja, weiß nicht. Lass Alpha einfach so wegblinken. Da hab ich keinen Bock drauf. Wie sehe ich da? Ja, wie immer halt. Jetzt kann entschärft werden. Oh, nicht schon wieder. Schön. Ah, nett. Da sind immer noch 5, 6 Leute. Komm, der M-Track, der kraucht noch aus dem letzten Loch. Muss ja der M-Track nicht. Das ist niemand mehr von uns da. Hier sind alle von denen, die sind jetzt da rum. Ne, der lebt noch, der M-Track. Ne, der lebt noch. Der steht da noch. Der ist nicht down. Das ist unmöglich. Oh, wie hat der mich denn gesehen jetzt? De klareriert. Ey, der Arsch. Oh, ne, ne, ne. Scheiße. Hör doch, hör zu mir jetzt an. Hier den Counter-Knight in Folge. Oh. Oh. Jetzt sind wir noch neun? Wer fehlt? Hallo. Dort. Kokos. Kokos. Ist raus. Wer ist... Das war der, der Verbindung getrennt. Achso. Ja. Ja, Shuttle. Ist ja noch da. Einfach, gibt's noch! Ja, wenn's nix mit Zivil in die Luft haben kannst, wirst du... ...als wenn's hinmachen. Na, da steht der Amtrak halt. Das kann man vergessen. Oh man, ey, lachend Skrolesfeuer, ne? Das ist echt... Schade, das war unkoordiniert. Eine Seite da, eine Seite da. Ja, Metallhütte. Geiler Sworn, Malte, geiler Sworn. Ja, aber verrat mich bitte nicht, ja? Umtricks Bestand, bitte. Amtrak ist noch da. Whitey zieh dich zurück in die Berge, da kommt nicht zu viel. Warte, bis die nicht vorbei sind. Okay, egal, ist zu spät. Da rennt einer unten lang, am Damm. Ist gespottet. Ist fast bei B. Amtrak ist da, Amtrak ist da. Da konnten die direkt vorrücken ohne Redzone, ne? Wir konnten uns gar nicht konsolidieren. Wir brauchen jetzt LPGs auf die Brücke. Auf den Damm, der ist fast durch wieder. Zwei Mann kommen... Wer fährt da meine Slams? Ein Schaden. Zwei Mann sind bei B. Die machen es aber nicht scharf. Da kommen noch zwei auf B. Die rennen nach Alpha durch. Aber viele. Nicht da auf dem Berg. Ja, die sind da. Die sind da, die sind da. Die sind da, einfach direkt. Amtrak. Leute, kommt rein jetzt. Jetzt ist A weg gleich. Bei A ist alles von denen. Bei B ist wenig. Bei B ist wenig. Amtrak ist egal. Wir haben so viel Infanterie da. Eier. Dass es anbremt ist. Ja, ne? Oh, bin down! Oh, echt spawn. Ein und bin tot. Biss mal alles da. Oh, die Mannschaft. Boah, die Imkung steht nicht gut. Naja, noch zu wenig. Fuck. Da wo das Tux vom Feind ist, sind zwei. Ah, das fehlt nichts mehr. Na. Ich will kein 1 einzig. Ja, Meise, machs! Jawoll, Like! Leider hab ich noch sechs. Jetzt sind wieder sechs und leise Pläne um zu. Dennis, wüsst mich grad in die RPG gesprungen, oder? Das E-NF-Groß ist der Charakter. Aber warum kann ich nicht durchspawn? Los, Quacklieder, spawn. Nein! Hihihihi, dumm laden, der ist voll. Nein, die sind noch nichts mehr bei der Halle. Ah, das passt. Oder? Nein! Nein! Also meine Stats will ich mir nicht angucken. Ich will nicht, dass ich fünf Counter Nice gekriegt hab, logisch. Okay, Tickets 53 zu 52.000. Ja. 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 Ja.